Leicht werden, Nachtrag! Denk dran, nur leicht werden, nicht den Zügel wegschmeißen. Vorwärts, vorwärts, ja? Abstehen so ein bisschen, zippeln, los, richtig! Ja, kurze Stellen, und weg wieder von der Hand! Jawoll! Sie gefällt mir ausgesprochen gut heute! Dein kleines unrittiges Pferd, finde ich gar nicht mal so unrittig! Bye!